Salve Atuti, wir haben Freitag, den 9. Dezember. Es ist 17.36 Uhr, Börse ist zu. Wo ist der Schlusskurs? Muss ich mal schauen. Ich habe ihn hier bei 14.370. Vor euch liegt der Wochenchart. Ich hatte das letzte Woche schon mal angesprochen. Das hier waren neun Wochen in Folge positiv. Weiße Kerzen, bei euch wahrscheinlich grün. Das ist also extrem selten. Und das ist seit, Trinkhaus hat das mal ermittelt, ich glaube seit 1985 gab es sowas nur fünfmal. Diese Serie haben wir jetzt gebrochen, mit der heutigen, mit der, jetzt, mit dieser Woche. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Bänder, ach, das mache ich gleich beim Tag. Wir haben in der nächsten Woche 14. die FED, 15. die EZB, 16. Befalltermin. Das wird heftig. Ich gehe gleich nochmal auf den Tag, starten, muss ja sowieso machen. Aber ich wollte es nur mal sagen, diese Serie ist vorbei. Deswegen dreht jetzt hier also auch das wöchentliche MACD, dreht schon runter, ist noch nicht bestätigt, aber dreht runter. Und zwar, das wollte ich zeigen, auf einem Niveau. Guck mal hier, diese schwarze Linie, ich habe sie extra ein bisschen drüber gelegt. So hoch war die Technik, ich bin jetzt schon bei 2014, in den letzten 20 Jahren nicht. Auf Wochensicht im MACD. Ich bin jetzt hier bei 2002. Das wurde niemals so berührt. Nach oben nicht, nach unten gab es heftigere Aussetzer. Hier zum Beispiel da, die waren stärker. Der hier ist auch stärker. Das wollte ich dir mal zeigen, das ist relativ, auch hier wieder relativ selten. Wir sind von der Stochastik her, haben wir auf einem sehr hohen Niveau, 98 war das gestern, haben wir nach unten gedreht, aber es ist noch kein fertiges Verkaufssignal. Die Bänder auf Wochensicht sind ja aufgegangen. Dann ist der Markt gestiegen. Untere ist auch aufgegangen, obere, untere. So, und jetzt geht das untere schon in die Horizontale. Auf Wochensicht muss ich sagen, okay, vielleicht gehen wir noch ein, zwei Wochen gut oder seitwärts, noch nicht mal korrektiv, aber dann dreht das hier nach unten. Und es gilt für das Wochenband genau das gleiche wie für das Tagesband. Wenn das der Bewegung entgegengesetzte Band die Richtung wechselt, ist der Impuls dieser Bewegung hier vorbei. Jetzt gehe ich auf den Tag, da kann man das alles noch ein bisschen schöner sehen. Der sieht auch von der Technik her, ups, das war die Woche, von der Technik her ein bisschen anders aus. Das ist jetzt also der Tag. Hier ist diese fette Aufwärtsbewegung von 12.000 und wir sind jetzt heute den 21. Tag in Folge in der Range. Das gab es mal im September 2021, da hatten wir 23 Tage. Sind wir in der Range. Fahrdachs ist so um die 20,5 nach wie vor drumherum. Die Bänder sind super, super eng und zwar noch enger, als wir das am Mittwoch hatten. Damals hatten wir 424 Punkte, jetzt haben wir 369 Punkte. Das ist echt gering, man sieht das hier fast nicht. Weil hier liegt das Top und damit verbindet sich das obere Band und damit auch diese Range, diese Flagge hier, bei 14.590. Und unten ist die Unterstützung nach wie vor diese 14.149. Und das untere Band liegt bei ziemlich genau 14.200. Das ist, also wir stehen hier vor einer Entscheidung und die kann eben durch die genannten Daten FED am 14. EZB am 15. Und für Falltermin am 16. kann das nächste Woche hier nach oben knallen oder unten wegziehen. Das muss man einfach so sagen. Die FED wird nichts anderes machen, als das, was der Paul gesagt hat, wahrscheinlich nur 0,5 Prozent erhöhen. Aber sie wird erhöhen. Meiner Meinung nach muss die EZB noch nachziehen. Also das wäre, ich glaube, ein fataler Fehler, wenn die jetzt auch nur 0,5 Prozent erhöhen sollte. Meines Erachtens nach sollte sie um 0,75 Prozent erhöhen. Und das ist, glaube ich, hier irgendwie noch nicht so richtig eingepreist. Wir haben, oder ich habe mit vielen Leuten gesprochen, von denen waren die meisten Short. Die sagen sich, ach, endlich kommt es mal runter. Und dann sind wir schon wieder hier oben. Nehmen wir mal den Tag von heute. Diese Bewegung hier, wann war die um 14.30 Uhr, amerikanische Daten, sofort runter, heftigst runter. Was war denn das? Das war jetzt hier vom Hoch, war das 14.367. Das sind also 140 Punkte, bis zu 14.227. Hat sich alles wieder geholt und handelt jetzt um 17.30 Uhr schon wieder in der Nähe des Tageshochs. Also die Shorts, die werden ja auch ordentlich gegrillt. Im Sinne von, ihr kriegt das Geld nicht so einfach. Ihr geht zurück auf den Tag. Das war jetzt eben ein Viertelstundenschart. Deswegen, also die Leute, mit denen ich spreche, die Shorts sagen sich, der muss doch endlich mal runterkommen. Und er tut es nicht. Und die Leute, mit denen ich spreche, die sagen, der muss jetzt mal drüber gehen. Und er tut es nicht. Es ist echt frustrierend nach wie vor. Ich habe mir den Wecker gestellt für die größeren Bewegungen. Hier bei der 14.590 und bei der 14.149. Ich spiele hier auch mal mit rum, hatte ich das letzte Mal gesagt. Aber ich nehme dann halt Scheine, die ganz knapp hier drunter liegen. Und die haben halt dann teilweise 60er, 70er, 80er Hebel. Ich habe damit kein Problem, aber empfehlen kann ich das keinem anderen. Von der weiteren Technik her, wir sind noch negativ über das MACD. Aber wir haben heute durch den Freitag hier, der ja eine schöne Bewegung gemacht hat letztendlich, haben wir hier ein noch nicht ganz stabiles Kaufsignal. Wenn das am Montag, sagen wir mal, bis 15 Uhr bestätigt wird, im Sinne von leicht höhere oder unveränderte Kurse oder vielleicht auch über die 20-Tage-Linie, die ist bei 14.388, wird sich das hier stabilisieren. Dann muss ich auch davon ausgehen, dass wir hochgehen. Wäre das ein 5-Minuten-Chart oder ein 10-Minuten-Chart oder ein Stunden-Chart, würde ich die Kiste jetzt hier kaufen, gerade jetzt, jetzt so den Kurs, wo jetzt hier liegt, 14.354, den Stopp unter die 14.150 legen, irgendwie so 14.120 und dann würde ich rausgehen und den Markt machen lassen, damit ich dann nicht die ganze Zeit davor sitzen muss. Kurzfristig sieht das ganz gut aus. Nochmal, die Woche war ziemlich hoch, aber kurzfristig sieht das in Ordnung aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir in der nächsten Woche durchaus auch ein paar positive Tage haben werden, es sei denn, da kommen noch irgendwelche wilden Überraschungen von der EZB oder der FED, woran ich jetzt momentan nicht denke. Also ich finde, kurzfristig auf Sicht von 5 Handelstagen sieht das ganz gut aus. Eins vorab, bevor ich die Scheine nenne, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben, das ist am 21. Dezember. Das ist mein Chef bei Follow My Money und das sind die Trading Brothers, die machen zusammen ein kostenfreies Webinar. Ja, schöner Titel hier. Ende der Krise oder brutale Rezession. Und dann schwätzen die da so ein bisschen drüber. Ja, eineinhalb Stunden sind geplant. Das kostet nichts. Ich stelle den Link jetzt nicht heute, weil das ist ja 21. Dezember, da schreibt sich ja keiner auf. Ich werde das nächste Woche reinstellen. Ich werde auch nächste Woche wahrscheinlich den letzten Film für das Jahr machen. Muss ja mal nochmal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da bin. Jetzt zu den Scheinen. Es sind die gleichen Scheine, die ich letzte Woche nannte. Was soll ich da auch ändern? Wir sind in der Range. Lediglich die Calls sind leicht gestiegen, also von der Basis her, vom Strike. Und die Puts sind leicht gefallen, vom Strike her. Ich habe 13.312. Sind wir also hier und drunter unter der 2er-Tage-Linie mit dem Hebel von 14 momentan, die GZ2-UZS. Dann habe ich die 13.762. Das ist ein Hebel von 22. Liegen wir hier und drunter unter der für mich sehr wichtigen Unterstützung von 13.947. Das war diese Geschichte hier, das Zwischenhoch vom 17.8. Das ist die KH 06 E6. Als Put habe ich 15, die sind jetzt natürlich ein bisschen weiter weg. 15.269, das ist hier oben. Hebel 15, die KG 8 WJ 5. Und noch weiter weg mit dem Hebel von 12, die 15.571. Da sind wir also hier oben. GX769R. Ich selbst habe MDAX gekauft, weil ich finde, der macht auch eine Bodenbildung. Und ich rechne eigentlich damit, dass der jetzt wieder so in Richtung 28.000 läuft. Ich habe Bayer. Ich habe Deutsche Bank. Und das ist auch ganz interessant. Jetzt wird Blick auf FED und EZB. Deutsche Bank steigt. Commerzbank steigt. INRE steigt. BNP steigt. Auch die AXA gehen mit. Ja, also die Finanzwerte, ich glaube, da vermutet man schon, dass natürlich kommt eine Zinserhöhung, ist klar. Dass das 0,5 ist, also ein halbes Prozent und hoffentlich, also das ist, was ich denke, 0,75 bei der EZB. Also das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz heftige Woche, nächste Woche. Da muss man schon aufpassen und die Stops nicht zu nahe legen. Und im Zweifelsfall gibt es immer den schönen Spruch, if you are in doubt, stay out. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende, ein Happy Trading und fette Beute. Baba.